Leute, ihr könnt es nicht fassen. Ich kann es auch nicht fassen. Heute ist Sonntag. Wir wollen eigentlich losfahren. Nach Hause, beziehungsweise nach Fulda, zwischen Übernachtung. Ja, und es schneit einfach. Und es hat auch ziemlich doll geschneit. Und, ja. Toll. Und heute ist der letzte Tag und wir reisen eigentlich ab. Und, oh nee, so traurig. Aber wir gehen erst mal noch rodeln. Und ich bin so happy. Aber, oh Gott, und man sieht gar nichts vom Tal. Die Wolken, die hängen hier. Und die Berge sieht man auch nicht. Und, oh nein. Ich glaube, ich spinne. Es ist so cool. Oh nein. Ich war so traurig. Wir müssen hier bleiben. Eindeutig. Guten Morgen, Leute. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch nochmal mit. Weil ich jetzt die erste Runde mit Luna gehe. Und, ja, wie ihr seht, und Tomke euch ja schon gesagt hat, es hat geschneit. Es ist ja jetzt ein bisschen gemein, weil wir ja heute abreisen. Und das wollten wir eigentlich schon um 10. Und jetzt haben wir uns gedacht, ach, dann bleiben wir noch ein bisschen länger. Fahren wir erst irgendwie um 12 oder so. Dann können wir nämlich noch ein bisschen rodeln. Und Luni, die liebt ja wie bekanntlich Schnee. Und deswegen, das können wir ihr nicht antun. Deswegen, wir spielen jetzt noch ein bisschen im Schnee und so. Und filmen wir aber auch noch ein bisschen. Also, bis später. Ja. Ja. Hättet man nur schon früher geschneit. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Wir hatten ja trotzdem schöne Tage. Das Einzige, was jetzt abenteuerlich wird, ist, den Berg runterzufahren. Weil, wie ihr ja gesehen habt, das ist schon ziemlich steil. Und wir haben ganz Jahresreifen. Das heißt, die Reifen sind nicht so weich wie Winterreifen. Und deshalb ist es nochmal eine Spur rutschiger. Und ja, wir hoffen trotzdem, dass wir heil unten ankommen. So Leute, ich habe uns jetzt gerade mal einen Schlitt hin organisiert. Und ja, jetzt klettern wir einfach mal hier unseren Hang hoch. Und dann nehme ich euch einfach mal mit zur ersten Abfahrt. Wobei ich noch nicht weiß, ob es so gut geht. Weil der Schlitten ist schon ein bisschen angerostet von unten. Aber das sollte schon irgendwie klappen. Ich schaue mal, ob das so klappt mit dem Film. Weil hier muss man schon auch ein bisschen lenken und so. Aber wir versuchen es. Okay. Also ich habe ja auch ein bisschen Schiss, aber es wird bestimmt geil. Aber es ist auch schon ziemlich steil. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Das ist ein bisschen zu Ende. Ja, das war geil, aber ich glaube, ich hätte mir auch eine Schneehose anziehen sollen, weil jetzt meine Hosenbeine voll mit Schnee. Und ich saß auf einem kleinen Schneehaufen. Gegen Ende. Aber geil. Wir fahren heute wie geplant, nur ein bisschen später, so zwischen elf und zwölf. Falls wir runterkommen. Genau, das wird noch ein bisschen tricky, aber da fahren wir dann ganz langsam. Und ich werde laufen. Und ja. Dann geht es leider wieder Richtung Heimat. Aber Leute. Oh shit. Man sieht mich gar nicht überbelicht. Nee, zu dunkel. In, äh, leer. Schneid es auch. Also, okay. Nicht so viel Schnee, aber ein bisschen. Mal schauen, vielleicht liegt da ja auch Schnee. Das wäre ja cool. Wir wollten euch eben darüber informieren, dass Tomke ihre Serviette versenkt hat in ihrem Tee. Ja. Das ist ein bisschen dämlich, aber... Die ärgern mich die ganze Zeit. Ich kann kotzen. Aus Aggression hat sie jetzt. Der Tee hat versenkt. Jetzt versuchst du sie abzulenken hier vom Tee. Hä, warum? Ich kann daraus ja immer noch trinken. Bleibt ja drin. Ja, sie zieht drauf. Oh Mann, ja. Das kommt, wenn du mit dir immer so voll nahrst. Deswegen ist sie da reingefallen, weil ich die Tasse so voll gemacht habe. Alles klar. Oh Mann, freut ihr euch nicht noch? Das Brötchen schmiert für die Fahrt. Er soll nicht sehen, wie du das kaltest. Ja, warum? Das ist so schlimm. Das war heiß, oder? Ich gucke dir die Kamera weg. Ich wünsche dir von ganzem Herzen. Ich bin golden. Was ist denn? Das ist doch nur Tee im Verletz. Ja, das wollte ich eigentlich nur, wenn ich das künkt. Ich bin hier. Mach's hier. Ja, ich muss nachvollziehen. Wie lange du warten bist, die werden wir kühler auf. Irgendwann ist dann schon wo. Oh Mann, Tee hat es wieder geklappt. Ja, ey. Leute, schaut euch das mal an, bitte. Ich kann doch echt nicht sehen, wie tief hier der Schnee ist. Guckt euch das an. Und da hinten ist der Schlitten. Da werden wir jetzt gleich drauf rumfahren. Und ja, wuh. Echt krass. Voll cool. Zum Glück habe ich meine dicken Handschuhe mitgenommen. Richtig nice. Very awesome. Voll cool. Hier ist ja richtig tiefer Schnee. Ja. Ja, für die hier ist es nicht tief. Für uns. Guckt euch den Hund an. War der jetzt drauf? Ich weiß nicht. Okay. Also, wir gehen gleich rudeln. Mal schauen, ob ich die Kamera dabei halten kann. Leute. Ich laufe hier gerade hoch. Schaut mal. Diesen Ausblick. Wie oft habe ich das schon gesagt? Und ja. Der kommt, zieht den Schlitten. Und oh mein Gott. Wir gehen immer höher. Ich habe so Schiss. Jakob meint, das wird ganz schön schnell. Das kann doch nicht wahr sein. Worauf habe ich mich wieder eingelassen. Aber wenigstens komme ich einmal zum Rodeln. Jakob filmt mit der GoPro. Und ich habe gerade erfahren, ich muss mich vor ihn setzen. Das ist gar nicht gut. Weil Leute, man sieht gar nichts. Scheiße. Ich habe so Angst. Kannst du mal kurz halten? Ich muss meine Handschuhe ziehen. Fuck, Juni. Filmt schon? Ja, ne? Ja, sie filmt. Deine auch? Ja. Das meinte ich. Achso, ja. Die filmt schon. Was war das denn? Hey, Juni, was sagst du dazu? Komm mal hier. Wo muss ich denn? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ein bisschen würde ich schon. Oh shit. Muss ich hier meine Füße dran stellen? Ja. Wo hast du das Band? Oh mein Gott, wo soll ich mich denn festhalten? Wenn ich bremsen sag, dann musst du auch deine Hacken so oder reinmachen. Hier? Genau. Oh, können wir so? Ja, ja. Wir fahren zwischen dem Mast und dem Stall. Okay, aber wir fahren schräg. Nicht hier so schräg runter. Ja, ja. Nur dann haben wir natürlich ein bisschen Schräglage. Okay. Wo muss ich mich festhalten? Hier dran? Ja, wie du willst. Wo hältst du dich selbst fest? Am Schlitten. Hier selbst. Kann ich mich auch hier festhalten? Wo ist das denn? Kannst du festhalten? Da kannst du dich am besten draufsetzen. Wo muss ich mich festhalten? Schatz, halt mich fest. Ja, dir reicht eine Hand. Ich habe ja meine Beine auch. Schatz. Ah ja, es geht los. Ich habe schon jetzt 10 Kilo. Oh mein Gott, mein Arsch ist voll in der Ass. Ich muss nicht mehr bremsen. Oh mein Gott. Ich dachte, ich sterbe. Und der Hund, Alter. Oh mein Gott, ich sterbe in der Hose. Oh mein Gott. In meinen Arsch. Kannst du... Wo kommt denn das jetzt her? Ich muss mich umziehen. Gut, zum Glück ist mein Koffer noch nicht im Auto. Wo kommt denn die Scheiße her jetzt? Oh, Leute. Oh mein Gott. So, der... Hätte ich mir die Hose vielleicht auch weg. Das ist ein bisschen, ich denke. Irgendwie stinkt es hier nach Scheiße. Aber ich weiß nicht, wer von uns... Wir hatten voll viel Speed drauf. So, ich bin da mal weg, ne? Oh Gott. Guck mal, wir haben hier... Oh mein Gott, Alter. Können wir da runterrodeln? Ja. Warte, ich bin nicht drauf. Ich filme jetzt die ganze Zeit durch, Leute. Also... Ja, und versuch mal möglichst... So. Ja, ich musste mich voll festhalten. Ja, was meinst du, wie das war, als ich allein gefahren bin? Aber jetzt wollen wir auch noch schneller. Jetzt sind wir noch schneller. Nein, ich hab's gesagt. Jetzt haben wir... Jetzt treffen wir wahrscheinlich gleich ein erlaubendes Ding so. Oh, oh, das ist die Schatz. Oh mein Gott. Hast du gerade Schanze gesagt? Dachtest du, wir fliegen da jetzt? Ich dachte... Da kommt ne Schanze, Leute. Los geht's. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr Bremsen. Oh, ist das schön. Das ist das Beste. Luna, sei mal leise, man hört uns gar nicht. Äh, warte mal, wo kommt man da hin? Weiß ich nicht. Oh, oh. Willst du mehr Bremsen? Nö. Wo kommt man da hin? Da ist ein Zaun. Da ist ein Zaun. Da kommt der erste Zaun. Stacheldrahtzaun in. Oh, oh. Da war ein Zaun, Alter. Wir werden da fast reingefahren. Dieses Stacheldrahtzaun, Leute. Oh mein Gott. Wow. Leute, ich ruhe. Oh mein Gott, ey. Ich seh's nicht. Ich seh's nicht, wenn du alles verschlackst. Luna. Down. Oh Mist. Wir fahren sie um, Alter. Okay. Okay, Leute. Oh oh, wenn wir die stremsen, können wir verpackt. Aus, down, sitz, bleib. Ruhe. Oh shit. Oh mein Gott, wir müssen bremsen. Oh mein Gott. Ich bin richtig voll Schnee. Schnell, steh auf. Schnell, steh auf. Abgeholt runtergerutscht. Steh auf. Der Schnee muss raus. Wie wäre fast hier den Abgeholt runtergerutscht? Das war nicht ganz so schrecklich. Wir haben gerade so bremsen können, Leute. Wir wären sonst hier runtergerast. Den Baum. Das ist ja richtig. Was? Will ich jetzt nochmal alleine? Oder willst du nochmal? Ich will alleine. Ach du Scheiß. Nein, will ich nicht. Ja doch, mach doch. Nein, nein. Doch, doch. Nein, nein. Lieber nicht. Okay, doch, ich will alleine. Da musst du aber filmen. Na gut. Das geht schon los. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss auch gar nicht bremsen. Echt? Ja stimmt. Du wärst da drauf reingeflogen. Oh Mann. Oh. Ah. 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 Du wärst ja fast in Abgeholt gerutscht. Deswegen fang ich jetzt gerade. Auf der Kamera. Also tschüssi. Leute, ich bin jetzt wieder oben, hab mich jetzt umgezogen, weil, oh, weil, ähm, ja, ich war ein bisschen nass. Und, ähm, ja, das Zimmer sieht eigentlich auch einigermaßen wieder gut aus. Das meiste ist gepackt und ich denke, demnächst werden wir dann auch mal den Heimweg antreten. Aber ist echt schade. Jetzt ist Schnee und wir müssen wegfahren. Ein bisschen blöd, aber egal. Und, ja, ich packe gerade noch meine restlichen Sachen in den Koffer und, ja, dann wird es demnächst wohl ab ins Auto gehen. Und, ähm, ja, heute Abend wollen wir wieder in Fulda übernachten in dem Hotel, wo wir auch letzte Woche waren. Und, ja, mal schauen, wann wir da letztendlich ankommen. Und, ja, also melde ich mich dann später bei euch. Scheiße, ich hab voll Angst. Leute, wir müssen hier jetzt runterfahren. Und es liegt hier überall Schnee. Wir haben noch nicht mal unsere Vermieter gefragt, ob das so gut ist, wie wir, also, hast du sie gefahren? Wir rutschen jetzt schon. Ja. Scheiße, Leute. Kannst du überhaupt die Kurve da kriegen, Schatz? Ja, hier ist ja nicht so viel. Scheiße, hab noch dieses Lied, Alter. Ich glaube, sie wird schlimmer. Oh, Leonel, da haben wir keine Angst. Ja, aber guck mal, die Spur ist vorgefahren. Bis da vorne, das ist schlecht. Falls wir uns nicht hier schon festfahren. Pst, oh, Leute. Wie gesagt, bis da vorne. Wir müssen da ja auch noch hoch. Zum Glück hatten wir jetzt erst Schnee. Hätten wir die ganze Zeit so dicken Schnee gehabt, wir wären hier nie runtergekommen. Bis jetzt ist es noch gut. Ja, ist noch okay? Aber ich habe es auch noch nicht längst, die Stelle zu stelle. Haben es tatsächlich vom Berg geschafft. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Aber nein, Erkob hat uns da gut runtergebracht. Hey, Leute. Wir sind endlich im Hotel angekommen. Nach, keine Ahnung, sieben Stunden, sechs Stunden, acht. Und ja, es sieht so aus. Diesmal haben wir zwei Betten. Richtig cool. Und hier eins. Und hier das Bad. Auch sehr schön. Und ja, ich bin froh, dass wir wieder da sind. Und ich habe jetzt auch echt keinen Bock mehr. Und ja, also, bis spät. Hey, Leute. Es ist morgens fünf nach neun. Und wir werden uns jetzt gleich auf die Socken machen. Wir haben gerade gefrühstückt. Und ja, werden jetzt gleich Richtung nach Hause fahren. Und das ist Jakob. Der gute Fahrer. Guten Morgen. Er ist so schüchtern. Ist ja, wie süß. Wir haben gerade schön lecker gefrühstückt. Ja? Ja. Haben wir. Was? Und? Er hat ein Ei geklaut. Er hat ein Ei geklaut. Uh. Dann packen wir hier jetzt noch ein paar Sachen. Und dann werden wir auch starten. Und hoffentlich dann gegen Mittag, frühen Nachmittag zu Hause sein. Das wäre echt schön. Ach ja, und es hat geschneit, Leute. Das kann man doch nicht glauben, oder? Und bei uns zu Hause sogar im Ostfriesland hat es geschneit. Das ist krass. Minus vier Grad, Leute. Es ist einfach der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Und ja, mal sehen, inwieweit ich mich heute dann noch melden kann. Aber ich sage auf jeden Fall Bescheid, wenn wir wieder zu Hause sind. Vielleicht zwischendrin filme ich dann auch noch an. Hier sind wir auch lang gefahren, als wir hingefahren haben. Ja, da habe ich nicht so viel mitbekommen. Guck, war noch gelb. Glaubst du es gesehen? Das habe ich gesagt. Alles auf Kamera. Auf Kamera. Wie war es dir im Kamera? Kamera, Kamera. Ich dachte, du filmst es nicht, Hoppe. Ja, natürlich auch nicht. Wieso haben wir es dann auf Kamera? Ich weiß es nicht. Hey, Leute. Altbekannte Situation hier vielleicht. Vor einer Woche genau. Nee. Vor einer Woche und einem Tag saßen wir hier auch. Und sind in den Urlaub gestartet. Und ja, jetzt sind wir heil und gesund wieder angekommen. Dank, Jakob. Trotz Blitzeis. Ja, Leute, ihr glaubt es ja nicht. Ich habe es ja schon, glaube ich, erwähnt gehabt oder so. Auf jeden Fall in Leer war, also da, wo wir halt wohnen, war halt ziemlich viel Blitzeis. Und jetzt auch noch. Und ja, wir sind froh, dass wir hier heil wieder angekommen sind. Ohne irgendwelche Schäden am Auto oder Schäden an uns. Und ja, Jakob ist gut gefahren, aber wir sind auch echt platt. Und ja, jetzt schauen wir uns noch die Videos an und ein paar Bilder. Und ja, damit endet dann auch sozusagen die Vlog-Reihe oder die Vlogs aus dem Urlaub. Und ja, Jakob, möchtest du vielleicht auch noch was fragen oder möchtest du nicht mehr ins Video? Ach, nö. Loh, dann nicht. Ich hab schon so sexy deinen Stahl an. Ja, sieht süß aus. Aber ich glaube, er fand den Urlaub auch ganz schön. Oder, Jakob? Ja, sicher. Und danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Ja, auch wenn er sich gerade nicht zeigen will. Ähm, nein. War echt ein schöner Urlaub. Und wir fahren da auf jeden Fall nochmal hin, haben wir beschlossen. Nur schade, dass es halt am letzten Tag dann anfängt zu schneien. Ihr habt es ja jetzt in den Vlogs gesehen. Wir sind ja echt cool noch gerodelt und so. Und ja. Aber egal, nicht so schlimm. Es kommt bestimmt irgendwann nochmal Schnee. Also, dann, ja, würde ich sagen, beende ich hier mit die Vlogs. Und unsere, quasi unser Urlaubstagebuch. Und wir sehen uns einfach in meinem nächsten Video wieder. Also, bis dann. Ciao.